Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute wollen wir uns die Client-Server-Architektur genauer anschauen. Kleine Anmerkung hierzu, es gibt Unterkategorien von der Client- und Server-Architektur, die wir dieses Mal uns noch nicht angucken werden, sondern erst beim nächsten Mal. So, ich habe das Ganze mal hier so ein bisschen als UML-ähnliches Diagramm aufgezeichnet und zwar haben wir links den Client und rechts den Server. Und der Server, der stellt mehrere Dienste zur Verfügung, das heißt mehrere Clients können auch auf den Server zugreifen. Achtung, es können auch mehrere Servers sein, müssen aber nicht. Es kann auch hier ein Server sein. So, und ja, wir haben jetzt hier diese Server, also eine oder mehrere und ja, der stellt sozusagen für den Client einige Dienste, wie zum Beispiel Get Player Data oder Create New Player, also jetzt im Sinne von einem Computerspiel zum Beispiel, nur so als Beispiel, zur Verfügung. Und der Client kann jederzeit, wenn er möchte, diese Daten anfordern und der Server liefert sie ihm natürlich, wenn er sie braucht. Der Trick dahinter ist natürlich der, dass man oftmals erstens dem Client nicht vertrauen kann, das heißt jetzt nehmen wir einfach mal ein Online-Game, keine Ahnung, irgendwas Kompetitives oder sowas, wie zum Beispiel League of Legends. Und wenn man das auf einen Client auslagern würde, das heißt die ganze Berechnung auf einen Client auslagern würde, dann hätte man natürlich das Problem, der Client könnte jederzeit einfach sozusagen seine Daten ändern und sagen, hey, ich habe jetzt eine Million Leben, ihr könnt mir gar nichts mehr. Und das will man natürlich in einem kompetitiven Spiel zum Beispiel nicht haben, das heißt, Client-seitiger Ausführung kann man eigentlich nie vertrauen, deswegen lenkt man das Ganze oder setzt man das Ganze eigentlich auf einen Server, was natürlich ziemlich, ziemlich praktisch ist, weil dort hat man natürlich die absolute Kontrolle darüber. Wenn der Server natürlich kompromittiert ist, dann kann man natürlich da auch nichts mehr machen, das heißt, dann ist natürlich trotzdem alles verloren, aber bis das mal passiert, ist deutlich schwerer das zu erreichen, als einen Client zu kompromittieren zum Beispiel. Okay, ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass der Client, oder dass die Berechnung vom Client auf den Server ausgelagert wird. Das heißt, man kann ein riesiges Rechenzentrum an Servern anmieten, wie zum Beispiel jetzt bei Google oder sowas, und die Berechnung funktioniert dann komplett auf dem Server und der Client muss im Endeffekt kaum mehr was dafür tun. Das heißt, der Client spart natürlich auch haufenweise Leistung und kann natürlich auch davon ausgehen, dass der Server hoffentlich immer zur Verfügung ist. Andere Seite ist natürlich auch wieder, wenn der Server mal nicht da ist, das heißt, wenn er irgendwie mal offline ist oder sowas, dann kann der Client gar nichts machen. Das heißt, das ist auch nicht unbedingt gut. Und deswegen hat man hier immer so ein bisschen dieses Trade-off, möchte ich jetzt das Zeug zum Client auslagern oder möchte ich es lieber auf dem Server haben. Das ist aber nur ein Beispiel gewesen, Client-Server-Architekturen heißen nicht immer unbedingt, dass die beiden auf verschiedenen Systemen sich befinden müssen. Man kann auch eine Client-Server-Architektur in einem System, also in einem Programm, das wirklich auf dem selben Gerät läuft, durchführen. Das heißt zum Beispiel die Datenbank und das normale Programm, sagen wir mal, also Frontend und Backend zum Beispiel. Das kann auch im Sinne von Client und Server entworfen worden sein, denn sagen wir mal, der Server ist sozusagen die Datenbank und die liefert mehrere Schnittstellen, wie zum Beispiel eine SQL-Schnittstelle oder einfach sowas wie Schreibe-Daten in die Datenbank rein und dann natürlich die Daten als Parameter. Das wäre der Server, der wartet dann die ganze Zeit sozusagen auf eine Anfrage vom Client und wenn der Client was schickt, dann wird das ausgeführt und ansonsten natürlich nicht. Das heißt, es muss nicht unbedingt auf zwei verschiedenen Plattformen tatsächlich laufen, sondern es kann auch so eine Client-Server-Architektur auf einer einzelnen Plattform geben. Also auch da macht es natürlich Sinn. Im Endeffekt ist es auch so ein bisschen die zweischichtige Architektur, wobei wir jetzt schon wieder bei einer Schichtenarchitektur sind. Das ist aber nur so ein bisschen, so kann man es sich gut vorstellen, finde ich. Also der Client macht dann eben solche Sachen wie Datenverwaltung, beziehungsweise der Server macht Datenverwaltung, Datenintegrität, Sicherheit und so Zeugen. Der Client macht eben Benutzer-Sachen entgegennehmen, UI und Vorverarbeitung von Eingaben oder sowas. Also das alles dann auf dem Client und Server, wie gesagt, Daten und sowas. So kann man sich das Ganze vorstellen. Das heißt, eigentlich schon so ein bisschen in Richtung zweistufige Architektur, aber nicht unbedingt. Also man benutzt es wirklich hauptsächlich irgendwie für solche Sachen wie eben Web. Okay, das soll es zum kleinen Server erstmal gewesen sein. Und jetzt gehen wir über, beziehungsweise im nächsten Video gehen wir dann zu SOA und REST über oder Service-Oriented Architectures und REST, beziehungsweise ausgeschrieben Representational State Transfer Architekturen. Also ja, freut euch auf die nächsten paar Videos und ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.